ja leute hallo und herzlich willkommen zurück zu far cry 3 ich möchte mich jetzt erst mal hier auf diese sondermission oder wie auch immer man das nennen kann machen wieso habe ich eigentlich keine waffe doch habe ich aber erzückt sie noch nicht okay ist ja ein teil des bonus die man hier bekommt gucken wir noch mal auf die map hier ob wir hier auch dann wirklich richtig sind da ist natürlich dann auch noch ein lager den funktoren aber ja schon aktiviert übergabeaufgabe okay also da wollte ich jetzt eigentlich erst mal hin und ich denke mal ich werde das ganze hier erst mal zu fuß angehen weil mir das mit den autos doch ein bisschen sehr auffällig immer ist laufen wir erst mal lang grüne blätter grüne blätter brauche ich noch für spritzen ich hoffe das sind die hoch kann man da rein ist ja eine coole sache ein relikt ein relikt ist immer gut ein relikt von 120 gefunden na geil hier geht es aber offensichtlich nicht weiter okay also ich mache mich auf alle fälle jetzt auf die socken dass ich hier dass ich hier mal zu diesem punkt komme muss ich natürlich wahrscheinlich ganz außenrum um den berg ist war ja klar da steht wieder irgendwie ein auto hoher voll 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 hö schleich dich an schleich dich an mein gott jetzt machen takedown los und wieder verdrückt ja es ist zum kotzen mein gott wo kommen die alle her kommen die alle her auch da noch einer leute es ist doch es ist ja nicht mehr feierlich und bin da und ja das war klar also es ist fast unmöglich hier sich auf offener straße mit ihnen auseinanderzusetzen weil einfach die munition und alles fehlt wo bin ich ja jetzt hier hat er mich jetzt platziert auch da also müssen wir das ganze hier noch mal als wegpunkt setzen das ist natürlich schon schlecht wohl an wohl an diese scheiß piraten sind überall ich werde mir jetzt einfach dieses blöde misst auto da schnappen und gucken dass ich hier mal feuer gebe so ist kaum ich fahre links rum oder was für eine karre ey was ist das für eine scheiße ja sicher meine güte meine güte ja ist ja total geil dass ihr eine halbe minute da seid aber mich wird sie wahrscheinlich wieder zerledern los steig aus leck mich doch wo ist denn der blöde sack hin da ja ich hoffe jetzt ist hier mal ruhe nein ich will nicht auto fahren ich will die leiche plündern du blöd das päckchen kokain na klasse und hat er ja noch was erkennungsmarke so jetzt mal schnell auf die map geguckt ja jetzt bin ich hier natürlich irgendwie schon völlig daneben ich versuche mal mein glück zu fuß weil durch dieses lager will ich jetzt nicht unbedingt durch da höre ich schon wieder die nächsten autos da unten mein gott hier kann man sich totlaufen glaube ich vor allem diese spackos können ja überall rumhängen das ist ja nicht mehr feierlich so ist jetzt lauf noch jung jetzt auch nicht hier gibt es keinen weg nach oben kommen wir vor wie im dschungel camp hier wie sieht es denn aus ja wir sind ja schon gut rum wie ich wir sind ja fast da wo ist es wo ist es ich müsste ja eigentlich schon hier sein da sein aha 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 ach und jetzt macht er sich gleich wieder aua wenn ich jetzt gleich sterbe bin ich aber ach jetzt komme ich da nicht mehr raus ach leck mich doch hopp da haben wir schon mal ein quad das ist schon mal cool naja allzu viel munition ist nicht vorhanden kubanische zion ok checkpoint erreicht alles klar das symbol kenne ich doch mhm toll feile kram pussy na wo ist der rest von euch wollte ich auch gleich herkommen ja was ist das da keine panik selbstbestimmt nicht ich riskiere es mal hier runter zu springen hoffentlich gibt es einen anderen ausgang was ist das meine güte was irgendwo müssen noch zwei so eine schmackos sein ich leck mich doch am arsch ey wieso komm her komm so jetzt müssen wir gucken dass wir hier alles finden okay wir gehen hier noch plündern alles plündern alles plündern wenn ich schon hier bin was das geld 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 ja mit der selbe ist auch schon wieder fliegt mal nachladen und noch mal aufnehmen dann gucken wir uns hier mal weiter um nichts ja dem kinder auch noch leichen plündern gehört dazu geld holen ja ich weiß mein beutelung ist voll was war da ich habe etwas blinken gesehen oder was betäuschung da noch ein teil des codes zwei teile ist hier auch noch irgendwo was versteckt nicht so aus ja ich möchte hier wirklich alles ab grasen leute es ist immer immerhin eine extra mission wie komme ich denn da jetzt hin oder mal gucken ach da komme ich gar nicht rüber okay geld geht immer schauen wir uns hier weiter um was sagt mir dass noch ein teil des türkots in der nähe ist ich bin sterzeichen fische ich weiß sowas erst mal vollpumpen mir genau ok einer müsste noch irgendwo sein aber wo wo ist der letzte teil wo ist der verflucht der letzte teil von diesem code hier war nichts mehr ich war eigentlich der meinung hier war ich schon habe ich hier irgendwas übersehen ich glaube nicht ich glaube nicht dass ich irgendetwas übersehen habe aber irgendwo muss dieses vierte ding sein dach könnte es das sein nee das ist ein medikit oh leute wo ist dieses hässliche letzte ding gibt's doch nicht ich suche jetzt echt schon jede ecke ab ich gehe nochmal da unten gucken ist hier irgendwie zwischen versteckt oder so ne es sieht mir aber nicht so aus ich hasse es alles ist offensichtlich und der letzte part hier ist nicht zu finden mein gott munition brauche ich nicht da ist die kiste das war es für dieses gebiet ok erreiche den kontrollraum ok der fahrstuhl hat kein strom schalte den strom wieder ein schön schön würdest du bitte aktivieren ok ok fahren wir mit dem fahrstuhl runter war toll direkt drauf gesprungen alles elektrisierend hier da haben wir das symbol da geht es drauf scheiße scheiße kenne ich den Oh mein Gott! Jetzt lag doch nach, du Idiot. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So, was haben wir hier? Geld. Ah, Geld ist immer gut. Da bin ich hergekommen. Den nehmen wir auch nochmal die Kohle ab. Los, komm, mach hin. Ach, 3 Dollar. Arme Piraten. Sehr arme Piraten. Ah ha. Oh. Oh. Willkommen beim Wissenschaftswettbewerb, ihr Pisser. Da sind noch mehr. Da muss noch irgendwo ein Scharfschütze sein. Würde ich mal behaupten, kann ich hier noch irgendwas abschalten? Nein. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Durchsuchen. Gehen wir hier mal rauf. War das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, das war keine gute Idee. Hm. Hopp, hopp, hopp. Pin auf. Ich guck weiter. Hey! Ich guck mich. Ich guck mich. Da muss noch einer sein. Da oben. Kleiner Penner. Komm. Ach. Meine Güte. Die machen es einem nicht leicht. Geld ist gut. Das nehmen wir. So. Wo geht es hier weiter? Oh mein Gott. Das ist ja ein endloses Labyrinthier, Leute. Wo bin ich jetzt gelandet? Oh nein. Ja. Das waren vier. Okay. Hopp. Das waren vier. Naja. Zählen scheint nicht ganz zu seiner Stärke zu gehören, aber egal. Ah, da kommt gleich noch mehr. Ja. Oh, so ein scheiß Juggernaut, oder was? Okay. Was? Okay, habe ich. So, jetzt geht mir hier echt die Moon raus, Leute. Okay, müssen wir halt mit der Pumpe laufen. Aber ist auch nicht wirklich, wirklich sehr anregend. Na, eh. Hahaha. Drei Schuss. Meine Güte. Da geht nix. Also irgendwie... Müssen die Dinger noch hier unten sein. Mein Gott. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind jetzt diese komischen Teilchen? Da oben ist auch noch was. Nur noch einer. Okay. Haben wir. Einen müssen wir noch finden. Oh. Hier ist noch nicht. Aber wo führt der Weg hin? Äh. Der wird es wohl kaum bei sich haben, oder? Hier geht es doch nirgends weiter. Ich gehe noch mal unten gucken, Leute. Ich begreife es irgendwie im Moment gerade nicht. Ich muss irgendetwas auf dem Weg hierher übersehen haben. Schauen wir uns hier noch mal um. Ist das hier? Nein, ist es nicht. Okay. Es kann ja nicht sein, dass ich das hier irgendwie übersehen habe, oder? Das würde mich ja echt wundern. Oh, komm. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Scharfschützengewehre. Sag nicht, dass ich das hier bin. Dann mal raus. Okay. Findet den Weg raus aus dem Labor. Auch das werden wir noch irgendwie hinkriegen, glaube ich. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Komm, gib Tüte, Junge. Lalalalalala. Muss irgendwie oben lang gehen, glaube ich. Hopp. Aber wie? Gehen wir noch mal hinten rum. Vielleicht kommen wir jetzt von da aus so lang. Keine Ahnung. Wäre ja wünschenswert. Komm, 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 komm. Ah ja, genau da ist das Schloss. Wird schon schief gehen. Hinein. Ah, es geht voran. Es geht voran. Das wäre geschafft, Mädels. Ja, Leute. Okay. Ich würde sagen, äh, das Ding ist erledigt. Und, äh, ich beende das Ganze hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Euer Deutti Harry. E. 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 E.